Warum die Entscheidung für was ganz Neues? Ich trage sehr, sehr lange schon meine ganz langen, geraden Haare und möchte einfach gerne mal was anderes machen. Longbob ist total modern und ich würde es gerne einfach ein bisschen frischer haben, was anderes ausprobieren und ein bisschen Strähnchen rein. Also schauen wir mal. Bis zum nächsten 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 Mal. Ja, ich möchte gerne etwas ein bisschen seitlich haben. Dann sprühe ich ein bisschen Fynnisch oder Strähnchen in den Händen und dann gehe ich nochmal in die Ansätze.